Hallo YouTube und guten Abend und heute gibt es etwas Neues und zwar gucke ich zwei andere Serien, einmal Balance Unlimited und ein paar den anderen. Und zuerst werde ich Balance Unlimited schauen. Ja, Neues und zwar. Ich sagte, wie viele ältere skippte mir denn noch? Ja, Geld! Geld! Das ist schön! Also, seine Stimme mag ich schon mal sehr. Die ist absolut... die ist wie... wie Seide. Der war bestimmt so das Wunderkind. Der Liebling. Ich weiß nicht, aber die beiden geben mir einen totalen Sherlock und John Vibe. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn es auch so in die Richtung geht. Ja, natürlich. Okay. Das ist ein bisschen peinlich. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsstimmen. Es ist so wahnsinnig, wie der seine Stimme verändern kann. Von hoch und quietschig zu ernst und non-nonsens. Ja, natürlich sein eigenes Privatflugzeug. Natürlich. Der bringt bestimmt alles durcheinander. Ich sehe das jetzt schon. Und der andere ist nur am Austicken. Was machen die eigentlich? Sind die Security? Ich finde die Übergänge gut. Ich finde die Übergänge gut. Und der andere hat wahrscheinlich kaum Geld, um sich über Wasser zu halten. Da ist er. Da ist er gekommen. Okay. Oh, oh, Kinder. Nein. Das könnt ihr mir nicht antun. Nein. Oh, 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 oh. Aber ich weiß schon, der ist wahrscheinlich so von außen total obercool. Aber in echt ist er so ein bisschen dusselig. Also nicht dusselig, aber als wäre er immer irgendwo in den Wolken mit seinem Kopf. Das ist cool. Ja, ich weiß schon, wie das wieder ändert. Twitter wird das lieben. Vor allem die weibliche Seite. Oh, das ist nur ein Wunderpunkt. Lass mich raten, hat sie eine Nase bestimmt irgendwo reingesteckt, wo er nicht hätte sein sollen, oder? Und deswegen ist er rausgeflogen. Die wollen bestimmt was mopsen, oder? Ist das Gänze? Oh, lauter schicke Autos. Sind die Detektiven in Zivil? Jetzt sagt mir nicht, die beiden wollen, so wie sie da aussehen, einfach rein spazieren und was glauben, oder? Betten die beiden Waren mal in einer Division? Garantiert. Das ist bestimmt fähig. Muss nicht aufhören. Ah, okay, okay, ich verstehe. Wie sie sich die Läden aussuchen. Hier? Nein, hier? Wie sie sich die Läden aussuchen. Hier sind die Karte. Ach, der Katze Yakuza, oder? Wenn sie von Syndikat spricht. Als ob das die Situation besser macht, oder? Wenn sie Geld klauen. Wusste ich es doch. Erinnert mich so ein bisschen an Atsushi. Aber warum bin ich da ausgerechnet zu denen? Was ist daran so wichtig? Ah, der hat garantiert sein Plan. Ja. Soll ich erstmal eine anzünden? Ja, natürlich will sie die Juwelen klauen. Natürlich. Wenn schon, denn schon. Mädel, hast du nicht geguckt? Nee, oder wie kann man denn so blöd sein? Es überfallen die in den Schokoladenladen. Also die beiden sind echt die blödesten Einbrecher, die es überhaupt gibt, oder? Da ist er. Oh, oh. Oh, fuck. Hm. Schön auf die Zwölf. Jetzt jagen sie die Falschen und die anderen, die haben jetzt genau den Mörder. Oh, komm, nee, tut doch nur so, oder? Ja, natürlich. Ich sag mal, was ein Krippel. Hä? Ach, jetzt haben sie das Auto gemopst, wo die Bombe drin ist. Nee, wirklich. Was geht mit dem ab? Der weiß bestimmt von der Bombe und fährt deswegen so ruppig. Ups. Das war's. Ich bin jetzt schon total verzaubert von ihm. Ich glaub, die Dynamik zwischen den beiden wird echt interessant. Ja, die wüssten. Die wollten eigentlich nur einen kleinen Laden überfallen und jetzt ist die komplette Polizei, die neue Division hinter ihnen her. Die haben sogar eine Bombe im Wagen. Das ist echt unglaublich. Oh ja, die Cooper sieht echt genial aus. Das ist wie GTA. Leute aus dem Wagen ziehen. Lady, das ist mir wurscht. ja klar, er spricht natürlich arabisch oder was immer das auch sein mag ja klar, er hat natürlich so eine Art Jarvis in seiner Brille es ist... wer ist denn? es ist... wer ist der tony stark? die liegen aber schlecht auf der straße die autos hat er jetzt... hat er das jetzt in das auto eingebaut? das ist so eine Art personal computer oder? genial es ist so eine mischung aus sherlock holmes und tony stark ich kenne die geschichten so gut... der butler... dieser computer butler ist bestimmt jemand aus seiner vergangenheit oder? oder ist es vielleicht eine erinnerung an jemanden aus seiner kindheit? ja und die leute die sie eigentlich beschattet haben die erwischen sie gar nicht oder? oh... es würde mich nicht jetzt... es würde mich nicht wundern wenn er jetzt auch noch schleudersitze in dem auto hat und raketen und sonst was das stimmt, wo sind die eigentlich alle? viel zeit ist dann noch, wisst ihr warum er explodiert? die fliegen bestimmt ins wasser... das ist allein dass es dramatisch aussieht oder? sowas habe ich mir schon gedacht ja... oh das ist natürlich jetzt... handbremse anziehen oh nein... wirklich? ob ihr so diabolisch guckt... so jetzt hoffe ich euch... als ob das geht oder? ja natürlich das... ja... und tschüss... aber immer noch besser als in dem auto zu sitzen was untergeht oh nein... ja und die bombe? noch neun sekunden ach deswegen kipp versucht er sie ins wasser zu schubsen ja wie jetzt? oh... oh... wie sie da runterrutscht völlig fertig jetzt ist sie so auf dich ja... was ist denn das? was ist denn das? ist das ein Schokoladenring? wie hat er denn das gemacht? wieso hat er rausgesprungen? jetzt hilf ihm schon hoch, komm... was ist denn das? was ist denn das? oh oh... oh oh... NEEEEE! NEIN! der hat ihn jetzt nicht fallen lassen, oder? das ist ein sehr guter erster Eindruck! absolut! aber warum hat er ihm nicht geholfen? dass mich raten er kriegt das ist ja schon wieder dass ich raten er kriegt dafür ja richtig Ärger was da passiert ist oder? das ist nicht ohne Plan der hat garantiert seinen Plan warum er zu denen geht das andere ist natürlich nicht angepisst interessant achso jetzt meinte er will Geld haben als Kompensation oder? dafür dass das Wasser geplumpst ist oh 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 ich glaube er hat jetzt ordentlich eine gefangen ja klar da kommt das in der Welt wo wo es reicht wenn man den Leuten Geld hinschmeißt ja das löst alle Probleme ich habe so das Gefühl es läuft so ein bisschen in die Richtung jetzt hassen sie sich aber am schluss sind sie unzertrennlich oder? am schluss verschwindet Kambi einfach spurlos und ist weg und alles was dem anderen bleibt sind nur Erinnerungen mal schauen in welche Richtung es geht mal schauen in welche Richtung es geht ich habe so einen kleinen Verdacht aber mal schauen ob es sich bewahrheitet also gefällt mir sehr gut von dem was ich schon mal gesehen habe ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Dynamik zwischen den beiden und natürlich was dem was der Ice-G's Hintergrund Geschichte ist ich meine warum warum er gerade in der Division arbeiten will ich meine wenn er wahrscheinlich ganz woanders auch arbeiten könnte was seinem Status eher gerecht wird das ist schon sehr interessant aber vor allem der sieht echt toll aus muss ich schon sagen also das Charakterdesign gefällt mir auch ziemlich gut also erste Folge war schon mal ganz gut ich hoffe dass es so bleibt dass es nicht irgendwann hier sieht dass erste Folge super und dann hier den runter geht also ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen so ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn ja dann gebt mir ein Like und subscribe für meine Folgen und danke für's zu sehen bye bye